Sooo loud! Team Anyone! Komm schon, bitte Team Anyone Team Anyone! You might get kicked for spam! Okay, jetzt mach ich jetzt nicht weiter... Noooope! Heider man, Heider man. Do whatever a Heider man does! Dum 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 dum... Er war's hidden! Hallo und herzlich willkommen zu den Survival Games dabei ist es ist Kalabim. Ha, ich habe mich verarscht, das ist es Kraft. Ah, ist das laut. Bow and arrow, was hast du so alles? Ja, Bogen. Bow and arrow. Du bist hinter mir, ich weiß gar nicht, ob die Route hier geht, aber... Pff, vielleicht geht sie nicht, vielleicht geht sie schon. Proben wir jetzt mal, ne? Oh, Hochkartoffelfisch. Max, hier ein Steinschwert für deine Aufnahme. Ich habe ein Goldschwert, aua. Max, deine Aufnahme, ein Steinschwert für deine Aufnahme, hier. Danke für die unglaubliche Spende, meine Feder. Warum ist das halt wieder auf 100%? Ich kann ihn beinahe kotzt vor lautstärken. Max, stirb. Aua, das ist ja gar keine Feder. Warum ist der Steinschwert eine Feder in deinem Text für Beck? Weiß ich nicht. Das ist das Subcraft für Beck und Steinschwert für die Federn. Das sind wahrscheinlich Federn Steinschwert. Das sieht nicht aus wie eine Feder. Das sieht nicht aus wie eine Feder. Das sieht nicht aus wie eine Feder. So und so ist gefallen. Du bist du hin. Du bist du hin. Ich bin voll auf die Fresse gefallen. Ja. Was? Pass hier. Das ist Heiter mein. Joker KP. Wenn das ist auch das wirklich mit Springs zum Prügeln. Du bist das ganz wenig eine Feder. Lass mich anzulegen. Warum kannst du fliegen? Weiß ich. Komm mal runter. Komm. Ich habe einen Balken verloren. Komm runter. Komm mal runter, ey. Das ist schon irgendwie derbe geil, wenn man so eine Feder als Schwert hat. Das ist, ja. Ich finde es verwirrend. Störbe. Ich will dich kitzeln. Ich kitzel dich gleich zu Tode. Oh, da wird er gekitzelt. Oh, da wird er gekitzelt hier. Boah, krass. Na ja. Oh mein Gott, zwei Federmensch. Scheiße, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Ich werde dich retten. Prinzessin Zipcraft. Ich werde verrecken. Ah, ich habe es geschafft. Komm zu mir. Was will ich jetzt mit dem Pfeiler rücken schießen? Ah, ich bin getötet. Komm mit. Ich bin voll der Traitor. Guck mal, was Holzschwerter sind. Das sind Strings. Was? Ich dachte, ich dachte, ich dachte, Wundswort mit Wundswort. Oh, oh. Ich hätte einfach gerade mega geleckt, dann war ich einfach immer tot. Ich rächen. Du hast mir ein Herz Leben gezogen. Jeder Action. Ruffelkopter. Mal Ruffelkopter, Gons. Was sind die Eisenschwerter, bitte? Ich glaube, ich mache einfach das. Das ist der Weg. Ruffelkopter, Gons. Das ist das so. Aber Strings sind ja keine Wundsworts. Nein, Wundsworts und Wundsworts. Das Leute mit Strings geschlagen, die Strings waren. Attacke. Im Nachhinein kommt die DLC ziemlich doof vor. Ich stirb an meinem String. Ich drücke dir ganz tief runter, bis du stirbst. Ich brauche all die Stimme vor, man vertauscht einfach mit bei High. Koprap mit Team T. Team T. Parake, warum ist das Koprap so, bumm? Also, lol, wieso hängt der MTMT? Also, ist blöd. Warum belegt der nicht so komisch? Ach, er ist mit Kast MC, weil ich weder auf Rennschützen noch auf, MCG noch auf, High drauf kommen konnte. Nennt mich inkompetent, wenn ihr wollt. Oh, das schreibt mir in die Kommentare. Superschnell Socken! Ach man, hier hat ein Clickball ausgeschaltet. Schade. Ich will jetzt kitzeln, Sitt. Wo bist du? Ich bin gerade behind you. Du kannst das verraten? Ich kitzel dich jetzt. Slott mal. Ich halte meine Feder wie ein Boss. Oh, yeah. Das war ein goldener Apfel, Lina und Apfel und einen goldener Apfel, einer, da ist einer neben dir, der fängt nämlich Feuer in der Feuerwehrwache, jetzt hab ich den Tipp gegeben. Der fängt von die Feuerwehrwache, aber egal. Ich will die Tür zu machen, ah, funktioniert gut. Das ist die Feuerwehr, aber... Ach so, dasselbe, nein, guck mal, ob man sich hier in einmal kraften kann und dann Wasser nehmen kann und die mit kaputt machen kann. Ich versuch's, wenn ich noch ein paar Eisen finde. Wo ist der Typ? Ah, da hinten. Der ist, ne, ne, du kannst ja nicht hoch, du musst anders hochgehen. Der ist da hinten, der steht da doch. Du gehst falsch hoch. Aber der andere Typ ist doch da hinten. Der hier mein ich. Der dünn Graf, der dünn Schuss Graf. Und was für ne Waffe hat er? Er blockt dauerhaft mit seinem komischen Fehler. Das ist was, der blockert mit seiner Feder. Und da komm ich angeflogen. Wie ein Flugzeug. Featherheads. Featherheads. Das ist dir ziemlich spontan angefallen, das Ganze einfach um zu Texturium, bevor du das mitgeschickt hast, oder? Naja. Wo ist der Typ mit seinen fancy fetter Heads da oben? Ah, da oben ist er. Den hab ich nicht gesehen, oder? Sneaky Action! In dein Gesicht rein! Oh, yeah! Flieg! Oh, er wird zurückgebrannt. Flieg jetzt! Er hat einen richtigen Steinschwert gehabt und einen Holzschwert gehabt. Nochmal nur. Anscheinend gibt's hier keine Eisenrüstungsteile auf dem Server. Lass, ich sterb von hier oben. Seep. Wipp! Ich glaub, er ist selbst gestorben. Noooo! Hm. Manchmal wird man nicht von da oben. Aber ich hab im Kurenfrig 6D gemacht. Und nichts getroffen. Ah, das ist der Steffen. Oh, oh, da sind wir. Oh fuck! Warum hab ich jetzt zurückgebrannt? Das ist immer fürchtlich. Randomste zurückgebrannt in ever. Ich hab hier noch einen Pfeil reingedrückt. Sprint, parken und jetzt geb ich dir noch einen Pfeil und jetzt hol ich dich kaputt. Oh man. Ich hätte nicht so viel Pfeilschaden nehmen dürfen. Jetzt geb ich nur noch einen Pfeil. Das ist mein erstes Opfer. Ich ignorier einfach mal, dass der Typ direkt hinter mir läuft, aber... Jetzt wird einfach ignoriert, so. Ich hoffe, der hat keine HD... Ah, okay. Oh, es gibt Deathmatch. Und der Schwuchtel ist es anscheinend nicht. So. Auf wen gehe ich zuerst? Auf wen wohl? Ich ass ihn. Sein von mir hat ein kleines Holzschwert. Du bist verrecken! Verrücken! So. Sag mal gar nicht, lass das Zeug auf. Lass uns mich nicht lang behalten. Ich frag mich, was mit Sip passiert ist. Ist das da hinten Sipkraft? Ey, lass mal Team! Team! Warum haust du mich denn? Das sehe ich jetzt nicht, nicht weit von dir. Geh auf mich zu hauen. Peekaboo! Peekaboo! Die einfachste Stream der Runde ever. Mit Federn! So, euch hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr Subklokt wird euch noch wieder was sagt. Oder er ist gestorben. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal. Lasst doch eine Beratung und einen Kommentar da. Ganz wäre eigentlich nicht von euch. Und bis Flugzeug! Und bis Flugzeug!